So, hallo Leute und herzlich willkommen zu der heutigen Analyse. Heute, wie gesagt, mit Polygon bzw. Matic. Ganz, ganz wichtig Leute, Polygon hieß früher Matic. Das heisst, das Kürzel ist immer noch Matic, aber das Projekt heisst neu Polygon. Ich versuche so ein bisschen, die technische Seite außen vor zu lassen, versuche aber trotzdem noch ein bisschen darauf einzugehen und versuche mich wirklich auf das Thema Ethereum-Skalierbarkeit und was für eine Rolle könnte Polygon da spielen. Entsprechend darauf einzugehen. Ganz, ganz wichtig Leute, ich werde im DeFi-Kurs, der nun offiziell zur Vorbestellung offen ist, ein bisschen mehr ins Detail gehen, beziehungsweise vor allem die Plattformen, die Polygon bereits einsetzen, auch entsprechend analysieren und vorstellen. Link dafür findet ihr in der Videobeschreibung bzw. der Podcast-Beschreibung. Nun aber ganz viel Spass mit der Analyse. So, hallo Leute und herzlich willkommen zu dieser heutigen Analyse. Wie bereits erwähnt, werden wir heute Polygon bzw. Matic anschauen. Matic ist das Kürzel bzw. das Projekt hieß früher Matic und das Projekt hat sich umbenannt in Polygon. Das heisst, wir werden heute Polygon anschauen mit dem Kürzel Matic. Datum ist der 5. Mai und die Kategorie ist die Skalierung. Wir werden heute natürlich wieder die 6x6-Analyse anwenden und so ein bisschen versuchen zu verstehen, was Matic da genau macht bzw. wieso das Projekt so spannend ist bzw. auch wieso ihr dafür gevotet habt. Wie immer fange ich erstmal an auf CoinMarketCap bzw. der Webseite nachher. Preislich krasser Sprung. Also in den letzten Wochen und Monaten ist da sicher einiges gegangen. Nochmal eine Verdoppelung da im April, Mai und ich vermute sehr stark, dass das unter anderem auch ein bisschen so koordiniert mit dem Rename war. Das heisst, man hat dann die Leute da entsprechend aufmerksam auf die Projekte gemacht. Jetzt muss man aber dazu sagen, das Projekt Matic oder eben Polygon, die gibt es schon länger. Also das ist nichts Neues. Man hat das Ganze 2018, glaubte ich, gegründet gehabt und damals war das Ziel auch schon, dass man so versucht hat, die negativen Seiten oder die Nachteile von Ethereum zu verbessern. Jetzt wenn wir heute auf der Webseite sind, dann sehen wir Ethereum's Internet of Blockchain. Das heisst, das Ziel ist eigentlich, mehrere Blockchains in der Ethereum-Welt irgendwie miteinander zu verknüpfen. Das ist so ein bisschen das, mit was wir uns bei Polygon beschäftigen werden. Denn die Challenge hier, also die Aufgabe, der schwierige Teil ist eben, dass Ethereum Stand heute sehr teure Gas-Gebühren hat. Man weiss nicht so recht, was Normal, Average, Fast bedeutet bei Gas-Speed. Es hat relativ wenig Transaktionsmöglichkeiten innerhalb der Blockchain. Das heisst maximal 15. Und man teilt gewisse Risiken. Also die Risiken auf der Ethereum-Blockchain sind gleichzeitig auch die Risiken in den anderen Chains. Und jetzt kommt halt Polygon und sagt, hey, wir möchten so quasi der One-Stop-Shop, also die Einklick-Lösung für die vernetzten Ethereum-Blockchains werden. Wir möchten hier gewisse Module zur Verfügung stellen und unter anderem auch Sicherheit und Einfachheit. Und quasi je nachdem, in welchem Bereich das Projekt, das Blockchain-Projekt funktionieren soll, soll eben auch da entsprechend eine Lösung geboten werden. Die Features, wie gesagt, also die Kompatibilität zu Ethereum ist natürlich extrem wichtig. Die Skalierbarkeit, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das werden wir nachher kurz anschauen. Dann die Sicherheit, die sogenannte Sovereignty, also quasi die Unabhängigkeit als quasi Blockchain, Interoperabilität, User Experience, Entwickler Experience und die Modularität auch. Dann gibt es schon einige Projekte, die auf Polygon aufbauen. Auch das werden wir uns kurz anschauen. Wir fangen heute jetzt aber als erstes mit dem Team an und haben ja eigentlich ein Kernteam, das aus JNT, Sandeep, Anurag und Mihailo besteht. Das sind gleichzeitig die vier Gründer oder Mitgründer von diesem Projekt. Die sind auch mehr oder weniger seit Anfang dabei. Springen wir doch gleich bei JNT Kanani rein. Er sitzt in Indien und hat das Ganze im Oktober 2017 sogar, also nicht mal 2018, sondern schon Oktober 2017 gegründet, also über drei Jahre. Vorher war er noch als Data Scientist bei Housing.com, auch in Indien und hat ansonsten noch als Softwareentwickler gearbeitet. Ansonsten sehen wir bei ihm nicht viel. Er hat einen Bachelor of Engineering, also er hat erst 2011 abgeschlossen, also vor, was sind das, 19 Jahren etwa und ist seitdem eigentlich aber auch als Entwickler tätig. Dann springen wir weiter zu Sandeep Nailwal. Er ist auch Mitgründer und CEO bei Polygon, bei ihm auch November 2017. Also auch er ist seit Anfang mit dabei und kümmert sich jetzt um das operative Geschäft. Vorher war er auch als Gründer tätig, auch wieder im Blockchain-Bereich und hat dann auch im E-Commerce-Bereich gearbeitet und ganz viel vorher war er noch bei Deloitte. Er kommt eher so ein bisschen aus der Business-Ecke, würde ich sagen. Das heißt, er bringt so ein bisschen die Business-Erfahrung mit, vielleicht auch die Business-Skills, die es braucht für so ein Projekt. Und ich glaube, das ist noch eine gute Balance, die wir hier brauchen. Ich glaube, bei technischen Projekten ist es immer gut, wenn man eben Stärken in beide Richtungen hat. Das heißt, die technische wie auch entsprechend die Business-Erfahrung. Und jetzt gehen wir hier nochmal einen Schritt weiter. Wir gehen zu Anurag Arjun. Er ist seit Dezember 2017 dabei, also quasi der Letzte, der dazugekommen ist so far. Er ist Chief Product Officer. Das heißt, er kümmert sich um das Produkt und kommt auch so ein bisschen aus dem Produktmanagement, Projektmanagement, so. Hat da auch sehr, sehr lange gearbeitet in unterschiedlichen Firmen. Er hat auch einen Abschluss in Informatik, beziehungsweise in Computer Engineers, also Computer Engineering. Aber ganz, ganz klar hat er oder ist sein Bereich so die quasi die Produkt-Roadmap, wie man das Ganze aufbauen kann. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass er da auch auf technischer Seite ein bisschen aushilft. Dann springen wir zu Mihailo Bielic. Ganz interessant bei ihm. Er sagt zwar, I don't use LinkedIn, also LinkedIn brauche ich nicht. Und auch interessant, er hat eigentlich nur die Universität in Belgrad als Information Systems Engineer. Ansonsten hat er hier eigentlich nichts. Wenn wir aber auf sein Twitter-Profil schauen, dann sehen wir hier, er ist der Mitgründer von Polygon, wie gesagt, und tweetet auch regelmässig. Das heißt, auch hier wird relativ viel, ich sag mal, geteilt. Und hier kommt noch eine Nachricht, die relativ wichtig ist, die wir auch gleich anschauen werden. Das heißt, alles in allem haben wir ein sehr solides Team. Wir haben ein ausgeglichenes Team, sage ich mal. Ein Team, das mehr oder weniger seit 2017 miteinander zusammenarbeitet, das Erfahrung im technischen Bereich hat, Erfahrung im Produktbereich, aber auch Erfahrung im Businessbereich. Und ich würde mal sagen, wir geben hier eine solide Acht. Wieso keine neun oder zehn? Ganz einfach, für mich haben die Gründer erfahrungsmässig, fehlt es mir vielleicht ein bisschen an Unternehmer- oder Startup-Erfahrung. Da hätte ich mir vielleicht noch gewünscht, dass die entsprechenden Leute im Management da ein bisschen mehr Erfahrung in Sachen Firmen verkaufen, Firmen an die Börse bringen etc. haben. Wir gehen gleich weiter und schauen uns hier das Advisory Board, also die Berater an und haben hier, ich sag mal, sehr, sehr bekannte Gesichter, die vielleicht die Leute aus der Ethereum-Welt schon relativ gut kennen. Wir haben Hudson Jameson, da springe ich gleich mal rein, ist Teil der Ethereum Foundation bzw. war da Teil bis April 2021 und ist jetzt eigentlich im Bereich Consulting tätig, hat aber da über vier Jahre eigentlich als Ingenieur gearbeitet und auch als Entwickler, Unterstützer quasi. Wahrscheinlich die Leute, die in die Ethereum-Welt einsteigen möchten, hat er unter anderem da irgendwie betreut und da entsprechend sich auch mit Geldern etc. unterstützt. Ansonsten haben wir hier ein bisschen Blockchain und Krypto-Erfahrung, sonst halt als Entwickler noch tätig gewesen, aber wie gesagt, ich sag mal, vier Jahre in der Ethereum oder fast fünf sind das sogar, fast fünf Jahre Erfahrung im Ethereum-Bereich, das ist schon, also das verdient schon ein bisschen Applaus. Dann haben wir Ryan Sean Adams, auch er sehr, sehr bekannt in der Ethereum-Szene, er ist sehr aktiv, auch mit seinem Newsletter und seiner Community, die Bankless heisst, also bankenlos. Die haben lustigerweise gerade gestern eine Art DAO gelauncht, das heisst, die Leute, die Teil dieser Community waren, wurden wie eingeladen in diese DAO. Auch er sehr, sehr stark fokussiert im Bereich Ethereum, ansonsten als Unternehmer tätig und kommt so ein bisschen aus der Business-Ecke. Dann springen wir weit zu Anthony Sassano, auch er wirklich bekannt in der Ethereum-Szene. Dann haben wir hier, dass er als Produktmanager beziehungsweise Produktmarketingmanager bei Setlabs arbeitet, einem Krypto-Asset-Management-Tool und bei ETH Hub quasi Ethereum Research, also Forschung im Bereich Ethereum unterstützt, beziehungsweise da der Mitgründer ist. Weiter haben wir Pete Kim, er ist der Head of Engineering im Bereich Wallet für Coinbase, also auch kein unbekannter, beziehungsweise keine unbekannte Firma. Kommt auch aus dem Krypto und vor allem aus dem Ethereum-Bereich. Dann haben wir hier noch John Lilich, hier haben wir, er ist einfach Investor und Produktentwicklungsberater Part-Time in Serbien und ansonsten hier noch Code to Inspire, also so ein bisschen im Non-Profit-Bereich tätig. Also hat eigentlich immer wieder etwas mit, ich sage mal, mit Krypto zu tun. Ganz interessant auch, dass er bei ConsenSys mit dabei war. Auch ConsenSys hat ja, ich glaube, sehr, sehr lange eigentlich nur auf Ethereum aufgebaut. Das heisst, die haben da ihre Wurzeln und er war da bei ConsenSys entsprechend im Business Development und Strategie sowie operativ tätig. Ich würde sagen, beratermässig sehr, sehr starkes Team. Also ich würde da eine 8,5 geben. Ist halt sehr, sehr Ethereum-lastig. Das ist aber zu erwarten bei so einem Projekt. Also bei Berater-Teams würde ich mir eigentlich immer wieder wünschen, dass eine gute Balance herrscht. Aber wenn man halt wirklich ein so spezifisches Produkt wie Polygon hat, dann braucht man eben schon Berater in diesem Bereich. Von daher eine 8,5, glaube ich, das ist ganz fair. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Kernstück, wirklich etwas zum wichtigsten Teil. Und das ist Produkt und Technologie. Was macht Polygon überhaupt bzw. wieso ist es speziell? Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Es geht nämlich darum, dass Ethereum und allgemein die Blockchains immer wieder mit eigentlich Skalierbarkeitsproblemen kämpfen. Das heisst, wir haben ein sogenanntes, ein Trilemma nennt man das, also ein Dreiecksproblem, bei welchem wir Skalierbarkeit, Sicherheit und was war das dritte? Ich möchte Comfort sagen, aber es ist wahrscheinlich nicht Comfort. Genau, Dezentralisierung natürlich. Wir sprechen hier bei, welchen Teil geben wir auf? Geben wir die Dezentralisierung auf, dann haben wir mehr Sicherheit und bessere Skalierbarkeit. Geben wir die Skalierbarkeit auf, dann haben wir bessere Dezentralisierung und mehr Sicherheit. Oder geben wir die Sicherheit auf, dann haben wir auch mehr Dezentralisierung und mehr Skalierbarkeit. Es kommt immer so ein bisschen darauf an und man muss da entsprechend immer Opfer bringen und Polygon hat sich so ein bisschen zum Ziel gesetzt und gesagt, ja, wieso müssten wir denn etwas überhaupt aufgeben? Wieso können wir uns nicht fokussieren und bei diesen drei Punkten oder bei diesen drei Teilen entsprechend bleiben? Jetzt ist auch extrem wichtig, dass Polygon im Bereich Skalierbarkeit eigentlich angefangen hat. Das heisst, man hat ursprünglich auf Ethereum gab es diese Skalierbarkeitslösung, die hieß Plasma und Plasma hatte sich zum Ziel gesetzt, Ethereum später zu skalieren. Das heisst, Vitalik Buterin und Joseph Poon haben ein Dokument geschrieben, ich glaube, es war auch schon 2017 und da haben sie die Idee von Plasma vorgestellt. Das heisst, was Ethereum mit 2.0 versucht zu machen oder halt teilweise macht, wurde in Plasma bereits wie als Roadmap festgelegt. Es gibt da aber unterschiedliche Skalierbarkeitsvarianten. Plasma ist jetzt eine davon und das hat Matic oder eben in diesem Zusammenhang Polygon bereits eingesetzt. Auch gibt es die POS-Chains, also die Proof-of-Stake-Chains. Natürlich auch das ein bisschen angelehnt an Ethereum und auch das hat Matic bzw. Polygon bereits integriert. Ich glaube, um die Architektur oder so ein bisschen die Innovation im Ganzen zu verstehen, müssen wir die Architektur anschauen. Wir haben hier nämlich so vier Tranchen oder vier Schichten, die entsprechend einen unterschiedlichen Zweck erfüllen. Dabei ist wichtig zu verstehen, dass nicht alle vier Schichten relevant oder obligatorisch sind. Das heisst, wenn ich als Krypto-Projekt meine Blockchain auswählen möchte oder quasi eine Skalierbarkeitslösung auswählen möchte, habe ich da natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe auch unterschiedliche Konsens-Algorithmen etc. Wenn ich jetzt aber als Firma komme und sage, ich möchte einen NFT-Marktplatz machen oder ich möchte ein DeFi-Protokoll erstellen etc., dann habe ich so ein bisschen die Qual der Wahl. Ich kann auf Kern-Ethereum setzen und habe dann zwar eben eine gewisse Sicherheit, kann dann aber irgendwie nicht gut skalieren. Und was wir hier bei Polygon haben, sind eben diese vier Schichten, also der Ethereum, die Ethereum-Schicht, der Sicherheits-Layer oder die Sicherheitsschicht, das Polygon-Netzwerk-Layer und dann die Execution-Layer. Und was hier ganz, ganz interessant ist, ist, dass nur die oberen zwei obligatorisch sind. Das heisst, wenn ich als Krypto-Projekt komme, brauche ich den Ethereum-Layer nicht unbedingt, denn die Architektur von Polygon ist eigentlich eine vollständige Blockchain-Architektur, die ich brauchen kann. Wenn ich jetzt aber, sagen wir, ein DeFi-Protokoll starten möchte und da zum Beispiel die Themen Sicherheit für mich extrem wichtig sind, aber sagen wir, die Transaktionskosten nicht so wichtig sind, dann würde ich hier diese Ethereum-Schicht natürlich mit reinnehmen. Das kommt dann natürlich zum Preis von anderen Sachen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen NFT-Marktplatz reinnehmen möchte, dann möchte ich vielleicht, dass die Gebühren extrem günstig sind, dann setze ich vielleicht hier auf diesen Security-Layer oder eben auf den Polygon-Networks-Layer. Wenn ich jetzt irgendwie ein Spiel produzieren würde, das heisst ein Spiel, das auf der Blockchain lebt, das da irgendwelche Formeln etc. berechnen muss im Hintergrund für das Spiel, dann würde ich jetzt nicht auf den Ethereum-Layer setzen, weil ich weiss, der ist entsprechend langsam und der kostet. Deshalb gehe ich direkt auf den Polygon-Networks-Layer. Das heisst, ich habe eigentlich so ein bisschen die Qual der Wahl und habe da die Möglichkeit, basierend auf dieser Architekturstruktur, die unterschiedlichen, also die Lösung, die Polygon präsentiert hat, zu nutzen, ohne dass ich zum Beispiel Ethereum nutzen muss. Und das, ich sage mal, das Elegante dabei ist, ist, dass die Smart Contracts eigentlich out of the box mehr oder weniger unterstützt werden. Das erlaubt es zum Beispiel Projekten in der DeFi-Welt wie Aave etc. relativ einfach, Smart Contracts oder halt die existierende Infrastruktur direkt auf Polygon zu übertragen. Das bedeutet, dass wir sehr viele, ich sage mal, Krypto-DeFi-Projekte in den kommenden Wochen auf Polygon wechseln sehen werden. Das heisst, das wäre schon mal eine Investment-These, dass wir davon ausgehen, dass jetzt, Stand heute ist es Aave, ich glaube, heute oder morgen kommt Uniswap Version 3 raus. Auch die haben auf das Polygon-Netz gesetzt, dass da wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Kettenreaktion stattfindet und dass wir unterschiedliche Projekte da in diesem Bereich sehen werden. Ich habe jetzt vorhin das Twitter-Profil von Mihailo gezeigt. Auch hier sehen wir, dass hier, The Dow just got first 150k of admin fees from Polygon in a non-custodial way. That's why smart contract-friendly bridges matter. Das heisst, auch Curve Finance wird hier auf Polygon setzen. Das heisst, jetzt haben wir schon drei von diesen ganz, ganz grossen DeFi-Projekten, die auf Polygon setzen werden. Und jetzt kommen wir eigentlich so ein bisschen zum Kernstück, nämlich zu dem, was ich vorhin gesagt habe, diese Bridge, also diese Brücke in die Polygon-Welt. Und das ist noch eine interessante Lösung, denn wir müssen ja unsere existierenden Coins irgendwie auf eine separate Chain bekommen. Denn was wir hier haben, und das wird hier so ein bisschen, hier grafisch können wir das vielleicht kurz sehen, wir haben nämlich unterschiedliche Chains. Das heisst, wenn die Ethereum-Chain die Haupt-Chain ist, dann löst Polygon das Thema der Skalierung durch sogenannte Side-Chains, also Seiten-Blockchains. Die übernehmen meistens nur einen Teil der Information oder einen Teil der Arbeit, ohne dass sie sich um die ganze Arbeit oder den ganzen Teil kümmern müssen. Das heisst, auch das haben wir hier grundsätzlich, indem wir eben diese Arbeitsteilung einsetzen. Und das macht Polygon so extrem spannend und vor allem eben auch so extrem effizient. Denn Polygon ist eines der ersten, ich sage mal, Projekte in der Ethereum-Welt. Ich glaube, Omise Go oder OMG ist das das andere, das auch auf Plasma zum Beispiel gesetzt hat und da eben das Thema Skalierung, ich sage mal, ein bisschen ernster genommen hat und auch ernsthaft bearbeitet hat, sodass es eine entsprechende Lösung dafür gegeben hat. Also ganz, ganz spannend, was hier, ich sage mal, in der Polygon-Welt abgeht. Und ich glaube, produktmässig ist es definitiv eines, das vieles richtig macht. Also auch die Bridge, ich versuche mal, diesen Screenshot habe ich vorhin noch gefunden. Das heisst, wir haben hier eine Möglichkeit, hier in diesem Beispiel sind es diese Ethereum, diese 0,65 Ethereum, die ich ins Matic Network, beziehungsweise eben auf Polygon wechseln kann. Das heisst, ohne dass ich jetzt meine Ethereum gewechselt habe, habe ich nicht die Möglichkeit, die Produkte in der Polygon-Welt zu gebrauchen. Das heisst, Quickswap und Aave etc., wie sie alle heissen, die jetzt auf Polygon umgestiegen sind, diese kann ich nicht nutzen, ohne dass ich diese Brücke genutzt habe. Und auch das ist eigentlich relativ elegant gemacht. Es ist Stand heute noch ein bisschen langsam, aber es funktioniert und das ist eigentlich das Wichtigste. Das heisst, wenn wir so ein bisschen zur Bewertung des Produktes beziehungsweise der Technologie kommen, dann sehen wir hier, wir haben Innovation, wir haben eine gute Nutzererfahrung, wir haben genau den Kernpunkt des Problems getroffen, sprich, wie gesagt, das Thema der Skalierung. Und deshalb glaube ich, dass das Produkt ein sehr spannendes Produkt ist und die Technologie da eine 8,25, meiner Meinung nach, verdient. Wie gesagt, ich werde von der Investment-These her, gehe ich sehr stark davon aus, dass das Matic oder Polygon hier wie mitgerissen wird. Das heisst, die DeFi-Welt, die jetzt steigt und steigt, wir haben die 100 Milliarden US-Dollar-Grenze geknackt, das wird noch weitergehen. Und das braucht eben entsprechend Skalierbarkeitslösung, denn die Leute im DeFi-Kurs werden es sehen, wenn er dann am 17. Mai herauskommt. Das heisst, die Leute, die noch nicht im Newsletter angemeldet sind, unbedingt anmelden, beziehungsweise den Kurs vorher bestellen, die werden dann sehen, die Gas-Gebühren sind extrem hoch, die Transaktionen gehen extrem lange und das sind Probleme, die das Ethereum-Netzwerk oder eben Lösungen wie Polygon lösen muss. Und das haben sie meiner Meinung nach bereits sehr, sehr gut gemacht. Und deshalb diese 8,25. Das Problem ist halt hier, und deshalb gibt es auch übrigens ein bisschen Abzug, es ist halt noch nicht etabliert. Wir sind wirklich in dieser Anfangsphase davon. Wir werden es mit Uniswap sehen, wir werden es mit AWE sehen. Da sind Gelder drauf, aber eben noch nicht so viel. Beispiel hier, AWE, habe ich den AWE V2, der hat jetzt 12 Milliarden drin. Wenn ich hier schaue, sind es in Anführungsstrichen nur 2,5 Milliarden. Auch das ein sehr hoher Betrag, aber wir haben hier natürlich eine gewisse Limitierung der Coins etc. Also es bleibt also ganz, ganz spannend und ich glaube deshalb auch keine 9 oder 10, weil in diesem Bereich muss noch etwas gehen. Das heisst, das Ganze muss sich noch ein bisschen etablieren. Wir kommen zum Thema Roadmap. Da bin ich zwar fündig geworden, aber eben auf der alten Matic-Seite. Das heisst, ich habe hier eine Produktroadmap gefunden, die etwa auf bis letztes Jahr geht. Ich habe leider keine neue Roadmap gefunden. Das heisst, wenn ihr eine habt, sehr gerne verlinken, dann kann ich das entsprechend korrigieren. Deshalb gibt es ein bisschen Negativpunkte. Ich vergebe hier eine 6,5, denn wie gesagt, die Roadmap, die muss noch angepasst werden und deshalb markiere ich das auch, weil das bedeutet, dass ich diesen Wert in Zukunft nochmal anschauen werde. Dann kommen wir zum Thema Partnerschaften. Auch das extrem spannend. Auch das habe ich bei der Matic, bei der alten Webseite gefunden, bei den D-Apps sogenannten. Da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Also wir haben hauptsächliche Partnerschaften sind eigentlich im Krypto-Bereich. Das heisst, wir haben sehr wenig im Nicht-Krypto-Bereich und ich glaube, das ist eigentlich auch so ein bisschen ein negativer Punkt, denn Krypto-Spiele, DeFi, NFT-Marktplätze etc., die gibt es wie Land am Meer und ich glaube, da werden sich definitiv auch die Starken durchsetzen. Für mich ist das ganz klar Aave. Wir haben vorhin diesen Tweet gesehen mit Curve Finance, Uniswap V3, das sind definitiv ganz, ganz starke Partnerschaften, die sehr wahrscheinlich auch noch weiter gehen werden und auch noch weiter, ich sage mal, im Krypto-Bereich bleiben werden. Ich würde jetzt hier eine 7,75 vergeben. Was mir halt fehlt, sind die Partnerschaften in die, in Anführungsstrichen, echte Welt. Das ist jetzt ein bisschen gemein formuliert, denn die echte Welt und die Krypto-Welt, die clashen langsam aber sicher, das heisst, die Bankdienstleistungen, die werden früher oder später entweder CeFi oder DeFi-Dienstleistungen, auch das spreche ich im DeFi-Kurs genauer an, also wer das anschauen möchte, kann das sehr gerne machen. Das heisst, diese DeFi-Welt, die ist nicht aufzuhalten und ich glaube, deshalb muss auch Polygon hier in Sachen Partnerschaften vielleicht nochmal eine Stufe weiter gehen und irgendwie versuchen da, sei es Banken oder Versicherungsdienstleister oder Kreditgeber irgendwie in diese Welt zu holen, weil man eben das Argument hat, wir können auch effektiv skalieren. Das heisst, wir können ein Visa oder Mastercard auch abdecken. Und das fehlt mir noch ein bisschen von den Partnerschaften. Wir könnten hier grundsätzlich aber auch eine Acht vergeben. Einfachheit und Verfügbarkeit, das schaue ich hier immer auf CoinMarketCap an, dann gehe ich hier auf den Market und sehe hier bereits Matic auf Coinbase, auf Binance, auf Huobi und übrigens Coinbase, das kommt natürlich auch nicht von ungefähr, das kommt sehr wahrscheinlich auch durch Pete Kim, der ja natürlich bei Coinbase arbeitet. Huobi, FTX, Uniswap ist natürlich auch vertreten und ja, also ich würde mal sagen, Einfachheit und Verfügbarkeit ist gegeben beziehungsweise die Verfügbarkeit ist sicher gegeben. Die Einfachheit ist doch ein bisschen tricky wegen der Bridge, deshalb ein bisschen Abzug hier, ansonsten gibt es von mir eine 8 oder 8,5. Es bringt das Gesamtrating auf eine 7,75, wobei ich das jetzt nochmal gelb markieren möchte, hauptsächlich wegen der Roadmap. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir hier vielleicht sogar auf eine 8 oder 8,25 kommen könnten und das wiederum würde es für mich jetzt sehr, sehr spannend machen. Welches Problem wird gelöst? Die Skalierbarkeit von Ethereum, das ist sicher ein Thema. Dann haben wir das Thema hier, dass ich das richtig formatiere für euch. Das Thema von One-Stop-Shop, also das finde ich noch ganz spannend, One-Stop-Shop-Lösung für neue Blockchains. Das heisst, ähnlich eigentlich wie Polkadot etc., habe ich hier die Möglichkeit, mit einem Klick eigentlich meine Blockchain, ich sag mal, zu lancieren und da entsprechend loszulegen. Ich mache jetzt hier noch die Formatierung besser. Wie gross ist der Markt? Alleine der DeFi-Markt ist ja, ich kann nicht mal 50 schreiben, es sind ganz klar 100 Milliarden US-Dollar. Das ist schon nur der DeFi-Markt. Der NFT-Markt, der ist sich am Aufbauen, also der wird sicher auch noch entsprechend grösser werden. Auch der Gaming-Markt, auch das ist ein wichtiger Markt für Polygon. Von daher würde ich sagen, also alles in allem definitiv Daumen hoch für, wie gross ist der Markt. Wer oder was ist die Konkurrenz? Da haben wir sicher OMG, auch die, wie gesagt, mit der Plasma-Lösung. Rein theoretisch, das ist so ein bisschen die grosse Frage, ist Ethereum 2.0 potenziell auch ein Konkurrent? Denn Sharding bringt natürlich einen gewissen Vorteil. Was Polygon heute macht, ist sogenannte Roll-Ups. Ich muss jetzt gleich schauen, wo ich das finde, vielleicht bei Technology. Und zwar genau, diese sogenannten Roll-Ups. Dieses Thema, da ist Polygon schon relativ weit, ist jetzt halt die Frage, wie weit sind sie, beziehungsweise was wird zuerst kommen, Ethereum 2.0 oder Polygon Roll-Ups. Was für einen Vorteil hat der Halter? Staking ist möglich. Zum Teil direkt bei Polygon, zum Teil via Lösungen wie Quick-Swap. Das haben wir hier. Das heisst, wenn ich hier in den Pool gehe, habe ich hier die Möglichkeit, entsprechend Rewards zu generieren in Form von sogenannten Quick. Das heisst, es gibt schon Lösungen in diesem Bereich, sind jetzt aber eben, wie gesagt, also Staking oder sagen wir LP ist möglich. Ist das Projekt einfach kopierbar? Ich würde sagen, nein. Das ist ein gutes Zeichen, denn für mich ist das ein eingespieltes Team, das schon über drei, vier Jahre zusammenarbeitet. Sie sind sehr stark verankert in der Ethereum Community. Auch das ein sehr, sehr gutes Zeichen, meiner Meinung nach. Und deshalb glaube ich nicht, dass es einfach zu kopieren ist. Welche Probleme oder Schwachstellen sehe ich da? Ja, also das erste Problem ist die Adoption. Wie komme ich in das Polygon-Ökosystem? Stand heute erlaubt es mir keine Plattform mit einem Klick eigentlich direkt meine Ethereum in Polygon zu wechseln. Das heisst, ich muss via Brücke gehen. Einziger Weg via Brücke. Ansonsten ist so ein bisschen Konkurrenz durch Ethereum oder Multi-Chain möglich. Das heisst, es kann natürlich auch sein, dass die Konkurrenz durch Ethereum gar nicht gegeben ist, denn wir können davon ausgehen, dass Ethereum halt die Haupt-Chain bleibt und das Polygon zum Beispiel auf die Side-Chains sich fokussiert. Dass die Skalierbarkeit durch die unterschiedlichen Lösungen da kommt, aber dass Ethereum halt immer noch so ein bisschen die Mutter-Chain oder die Ober-Chain bleibt. Ansonsten Solana etc. geben Gas. Ich glaube, das ist auch etwas, das darf man nicht unterschätzen. Aber auch hier ist so ein bisschen wird die Zukunft Multi-Chain? Ich glaube ja. Viele sagen nein, es wird nur einen Gewinner geben. Ethereum ist in einer sehr, sehr guten Position, da die Nummer 1 zu werden oder zu bleiben, ist natürlich die Frage, ob durch Polygon, sagen wir, Ethereum auch weiter gestärkt wird. Das wäre dann ein negativer Punkt für Solana. Ich glaube sehr stark, aber an eine Art Multi-Chain-Zukunft. Ich glaube, diese Brücken werden immer wichtiger. Ich werde wahrscheinlich in der Zukunft ein Wallet haben und dann von Solana zu Ethereum, Ethereum zu Polygon, Polygon zu Pancake etc. Also da werde ich x verschiedene unterschiedliche Varianten machen können. Ich glaube da ganz, ganz klar, dass es diese Zukunft gibt. Ob diese traditionelle Zukunft von wir sind und bleiben dezentralisiert, ob das so bleiben wird, das ist natürlich noch unklar. Ansonsten, ja, haben wir eine 7,75. Wie gesagt, für mich ist eigentlich der einzig negative Punkt die Roadmap. Auch das, wie immer Leute, ist halt extrem wichtig, weil wir davon ausgehen, dass ein aussenstehender Investor oder ein aussenstehender Trader das Projekt analysiert und anschaut und es dementsprechend bewerten muss. Das sind so die wichtigsten Punkte, die ich auf einen Blick sehe. Zum Abschluss, wer noch eine weitere Analyse in diesem Rahmen sehen möchte, zwar im Mitgliedschaftsrating, kann das sehr gerne machen. Hier unter Mitglied, beziehungsweise jetzt Mitglied werden, das kann man machen unter bluealpinerearch.com slash Mitgliedschaft, da erhaltet ihr die Möglichkeit, eine weitere Analyse noch diese Woche zu erhalten von Coins, die ihr nicht so bekannt sind. Bester Coin, also von der Performance her, hat glaube ich 2500% zugelegt, von daher, die Performance spricht für sich, aber immer, wie immer natürlich, die Investition, die müsst ihr erledigen und auch hier bei Polygon ist so ein bisschen die Investition in euren Händen. Ich glaube, es spricht sehr, sehr viel für Polygon, auch EIP1559 wird grundsätzlich dem gesamten Ökosystem, dem gesamten Ethereum-Ökosystem helfen, von daher, glaube ich, könnte Polygon eine sehr spannende Zukunft erwarten. Das war es von der heutigen Analyse, gebt mir wieder mal einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, falls ihr auch via Podcast zuhört, sehr gerne Bewertung dalassen, ich freue mich sehr und wir sehen uns in der nächsten Analyse wieder. Macht's gut und bis dann.